5. Ich schloss den Artikel mit den Worten, alle, die nicht demokratisch, pantheistisch oder papistisch sein wollen, müssen sich nach irgendeiner Via Media umsehen, die uns vor dem Drohenden bewahrt, wenn sie auch das Tote nicht erwecken kann. Der Geist Luthers ist tot, aber Hildebrandt und Loyola leben, zeugt es von Einsicht, Nüchternheit und Klugheit auf heutige Schriftsteller, so ärgerlich zu sein, weil sie auf die Tatsache hinweisen, dass unsere Theologen des 17. Jahrhunderts eine Stellung eingenommen haben, welche die wahre und vernünftige Mitte zwischen Extremen ist. Ist es weise, wegen dieser Stellungnahme zu hadern, weil sie dem nicht ganz entspricht, was wir wählen würden, wenn wir das Recht hätten zu wählen? Ist es ein Zeichen wahrer Mäßigung, wenn wir, statt eine die Mitte haltende Lehre zu festigen, den Versuch machen, die zu steinigen, die es tun? Möchte man unsere Söhne und Töchter lieber als Glieder der englischen oder der römischen Kirche sehen? Damit ließ ich die Frage ruhen. Während ich jedoch so von der Zukunft der Bewegung sprach, war ich in Wahrheit daran, meine Rechnung mit ihr zu machen, fast ohne mir dessen bewusst zu werden. Während ich noch ringsum einer gangbaren Via Media nachspürte, sollte mich bald ein Schlag treffen, der alle Mittelwege und Vergleiche für immer aus meiner Vorstellung verbannte. Wie schon erwähnt, erschien dieser Artikel in der Aprilnummer der British Critic. In der Julinummer erschien kein Aufsatz von mir, warum kann ich nicht sagen. Und ehe die Oktobernummer erschien, war das Ergebnis, auf das ich eben angespielt habe, eingetreten. Doch bevor ich zur Beschreibung der Vorgänge vom Sommer 1839 übergehe, muss ich den Leser noch eine Weile aufhalten. Ich will über den Stand der Kontroverse zwischen Rom und der anglikanischen Kirche berichten, wie er sich meiner Auffassung nach darstellte. Das wird ein trockener Bericht sein, aber er ist für meine Geschichte genauso notwendig, wie oftmals Pläne von Gebäuden und Wohnungen in den Prozessen unserer Gerichte. Das Ziel der Bewegung war der Widerstand gegen den herrschenden Liberalismus. Doch wie ich schon sagte, fand und fühlte ich, dass dies nicht durch bloße Verneinungen geschehen konnte. Wir mussten eine positive kirchliche Theorie haben, die auf einer bestimmten Grundlage aufgebaut war. Das führte mich auf die großen anglikanischen Theologen. Da sah ich natürlich sofort, dass es unmöglich war, eine solche Theorie zu bilden, ohne die Lehre der römischen Kirche zu studieren. So kam ich zu der römischen Kontroverse. Im ersten Augenblick hatte ich weder einen Zweifel an der Sache, noch den Verdacht, dass je ein Zweifel über mich kommen könnte. In dieser Geistesverfassung begann ich, einerseits Bellamin und andererseits eine Unzahl anglikanischer Schriftsteller zu lesen. Doch bald fand ich, wie schon andere vor mir, dass die Kontroverse verwickelt und weitläufig schwer zu meistern und noch schwerer, klar und präziser darzustellen sei. Es war leicht, Streitpunkte aufzustellen, nicht leicht dagegen, sie zu lösen und auszugleichen. Es war sehr schwierig, für den Streit eine klare Antwort zu finden und noch schwieriger, ihn durch ein logisches Verfahren zugunsten des Anglikanismus zu entscheiden. Diese Schwierigkeit hatte übrigens durchaus nicht die Wirkung, mich zu beunruhigen oder zu verwirren. Es handelte sich um Beweise, nicht um Überzeugungen. Zuerst erkannte ich, wie alle, welche die Sache untersuchen, dass zwischen dem heutigen Stand des Glaubens und der Religionsausübung in den Ländern römischer Gemeinschaft und den formellen Dogmen der römischen Kirche eine scharfe Scheidung gemacht werden müsse. Diese deckten sich nicht mit jenen. So ist zum Beispiel die fühlbare Qual im tridentinischen Dekret über das Fegefeuer nicht eingeschlossen, sondern war eine Überlieferung der lateinischen Kirche. Ich hatte in den Straßen von Neapel Gemälde gesehen, wo die Seelen von Flammen umgeben waren. Bischof Lloyd hatte diese Unterscheidung in einem Artikel in der British Critic vom Jahre 1825 scharf durchgeführt. Es war in der Tat einer der allgemeinen Einwände gegen die römische Kirche, dass sie es nicht wage, sich durch eine formelle Entscheidung zu dem zu bekennen, was sie trotzdem billige und zulasse. Demgemäß betrachtete ich in meinem Prophetenamt das schweigende und das tätige Rom als zwei ganz getrennte Begriffe. Ich stellte das Credo der römischen Kirche, ihrer gewöhnlichen Lehre, dem Ton ihrer Kontroverse, ihrer politischen und sozialen Stellungnahme, den Glaubensansichten und Übungen des Volkes gegenüber. Während ich so zwischen den Entscheidungen und Überlieferungen Roms unterschied, vollzog ich eine ähnliche Unterscheidung zwischen dem schweigenden und tätigen Anglikanismus. Das formelle Glaubensbekenntnis des Anglikanismus zeigte keine große Abweichung vom römischen. Ganz anders freilich, wenn man seinen Inselgeist, die Überlieferungen seines Staatskirchentums, seine geschichtlichen Eigentümlichkeiten, seinen streitbaren Hass und sein eng begrenztes Urteil betrachtete. Ich verwarf und verurteilte diese Ausschreitungen und nannte sie Protestantismus oder Ultra-Protestantismus. Ich wünschte von Seiten der römischen Polemiker eine ähnliche Verwerfung des Volksglaubens und der Volksgebräuche in der eigenen Kirche alles dessen, was ich Papismus nannte, zu hören. Als diese Hoffnung ein Traum blieb, wurde mir klar, dass die Streitfrage zwischen der Buchtheologie des Anglikanismus und dem lebendigen System der vermeintlichen römischen Entachtung liege. Weiter konnte ich nicht. Mit diesem Resultat musste ich mich zufrieden geben. 6. Die Parteien in der Kontroverse waren demnach die anglikanische Via Media und die Volksreligion Roms. Und der Ausgangspunkt, auf den der Streit zurückgeführt werden musste, war folgender. Der Anglikaner stützte sich auf das Altertum oder die Apostolizität, der Römer auf die Katholizität. Der Anglikaner machte dem Römer gegenüber geltend, es ist nur ein Glaube, der Alte, und ihr habt ihn nicht festgehalten. Und der Römer entgegnete, es gibt nur eine Kirche, die katholische, und ihr steht außerhalb derselben. Der Anglikaner behauptete weiter, eure eigentümlichen Glaubensansichten, Gebräuche und Gewohnheiten sind im Altertum nirgends zu finden. Und der Römer warf ein, ihr habt mit keiner Kirche Gemeinschaft als nur mit eurer eigenen und ihren Abarten. Und ihr habt Prinzipien, Lehren, Sakramente und Gebräuche aufgegeben, die im Osten wie im Westen Geltung haben und stets Geltung hatten. Die wahre Kirche, wie sie in den Glaubensbekenntnissen definiert wird, war beides, katholisch und apostolisch. Wie ich die Streitfrage, in die ich verwickelt war, auffasste, hatten England und Rom diese Merkmale oder Vorzüge untereinander geteilt. Die Frage war also, Apostolizität oder Katholizität? Übrigens wollte ich mit dieser Feststellung der Sache natürlich nicht die Vermutung wecken. Meiner Ansicht nach komme das Merkmal der Katholizität auf Kosten der anglikanischen Kirche wirklich Rom zu. Vielmehr wollte ich damit sagen, Rom legt in der Streitfrage den Nachdruck auf die Katholizität und der Anglikaner auf das Altertum. Selbstverständlich behauptete ich, der römische Begriff der Katholizität sei weder alt noch apostolisch. Es war meines Erachtens nur natürlich, geziemend und zweckentsprechend, dass das ganze Christentum in einer einzigen sichtbaren Gemeinschaft vereinigt sein sollte. Während eine solche Einheit andererseits auch eine bloße herzlose und politische Verschmelzung sein konnte. Ich selbst glaubte mit den anglikanischen Theologen, dass zwischen den einzelnen Teilen der Urkirche wirklich eine gegenseitige Unabhängigkeit bestand, obwohl sie dem Gebot der Liebe gemäß eine geschlossene Einheit bildeten. Ich war der Meinung, jeder Bischofssitz und jede Diözese sei mit einem Kristall zu vergleichen, jeder war dem anderen gleich und die Summe aller war eben nur eine Sammlung von Kristallen. Die Einheit der Kirche bestand nicht darin, dass sie ein Gemeinwesen, sondern darin, dass sie eine Familie, ein Geschlecht bildete, das von seinen ersten Stiftern und Bischöfen an seine apostolische Abstammung herleitete. Diese Wahrheit schien mir in den Briefen des heiligen Ignatius so klar zum Ausdruck zu kommen, dass jeder Streit unmöglich war. In ihnen wird der Bischof als die eine oberste Autorität der Kirche, das heißt der Kirche, seines Ortes dargestellt. Er hatte keinen anderen über sich, ausgenommen, wenn um der kirchlichen Ordnung und Wohlfahrt willen Vereinbarungen getroffen wurden, die den einen über und andere unterordneten. So viel über unsere eigenen Rechte auf die Katholizität, die von unseren Gegnern so ungerecht für sich allein in Anspruch genommen wurde. Unsere Hauptstütze, das Altertum, setzte uns natürlich auch wieder in den Stand, den neuen Rechtsanspruch der römischen Kirche, über andere ihr, in Wahrheit ebenbürtige Kirchen zu herrschen, mit größtem Nachdruck zu verurteilen und nicht bloß das, wir überführten sie dadurch auch des unverzeihlichen Vergehens, dem Glauben, etwas hinzugefügt zu haben. Das war der kritische Höhepunkt der Anklage, welche der anglikanische Gegner gegen sie vorbrachte. Und zum Beweis, dass er selbst, wenn auch von Rom getrennt, ein wahrer Katholik sei, berief er sich auf den heiligen Ignatius. Ebenso verwies er triumphierend auf die Abhandlung des Vinzenz von Laurent über das Quod Semper, Quod Ubiqui, Quod Ab Omnibus, was immer, was überall, was von allen geglaubt wurde. Das war der Beleg dafür, dass die römischen Vorkämpfe in ihrem Bekenntnis vom apostolischen und ursprünglichen Glauben abgewichen seien. Natürlich hatten diese Vorkämpfe eine Antwort für ihn bereit, mit der ich mich hier nicht befasse. Ich habe nur den Ausgangspunkt zwischen den Parteien festzustellen. Altertum gegen Katholizität. Im Folgenden werde ich durch Auszüge aus meinen Schriften vom Jahre 1836, 1840 und 1841 erläutern, was ich über die Grundlage der Kontroverse nach meiner persönlichen Auffassung darüber soeben gesagt habe. Ich schicke eine Bemerkung voraus, die besonders für einen Aufsatz vom Jahre 1836 gilt, der zuerst angeführt werden soll. Er erschien in der März- und April-Nummer des British Magazine desselben Jahres und hatte den Titel »Heimatgedanken in der Fremde«. Wie in meinen verschiedenen anderen Schriften aus der anglikanischen Zeit ist in seiner Erörterung die Beweisführung zugunsten Roms mit außerordentlicher Deutlichkeit und Kraft herausgestellt. Meine Freunde und Gönner sagten damals »Wie unvorsichtig« und meine Feinde riefen sogleich und besonders später »Wie hinterlistig«. Freunde und Feinde waren im Wesentlichen in ihrer Kritik einig. Ich hatte die Sache, die ich bekämpfen wollte, ins beste Licht gestellt. Das war ein Vergehen, mochte es aus Unvorsichtigkeit oder mit verräterischer Absicht geschehen sein. Und doch war es weder das eine noch das andere. Es geschah aus folgenden Gründen. Erstens fühlte ich bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung ein dringendes Bedürfnis, das Ganze so klar wie möglich darzustellen. Zweitens wollte ich meinen Gegnern möglichst gerecht werden. Und drittens war ich der Meinung, unter unseren eigenen Freunden herrsche eine große Oberflächlichkeit. Sie unterschätzten die Kraft der Beweisführung zugunsten Roms und sollten zu einem richtigen Begriff des Standes der Kontroverse angehalten werden. Als ich später 1841 die Wucht der römischen Auffassung in dieser Frage selbst als eine Schwierigkeit empfand, der man entgegentreten musste, hatte ich einen vierten Grund für eine solch freimütige Beweisführung. Die Tatsache, dass verschiedene Persönlichkeiten in der Frage nach der Katholizität der anglikanischen Kirche noch viel schwankender waren als ich. Es war ganz klar, wenn ich nicht alles, was gegen sie vorgebracht werden konnte, mit rückhaltloser Aufrichtigkeit feststellte, bestand keine Aussicht, Darlegungen, die meinem Empfinden nach zu ihren Gunsten sprachen oder wenigstens romnachteilig waren, bei diesen Persönlichkeiten Geltung zu verschaffen. Ich hatte alle Zeit die feste Überzeugung, dass Ehrlichkeit die beste Politik sei und dass eine Sache nur so auf festen Grund gestellt werden könne. Siebentens Demnach brachte ich im Jahre 1841 die anglikanische Schwierigkeit in folgenden Worten zum Ausdruck. Es handelt sich hier um einen Einwand, von dem wir ehrlicherweise sagen müssen, dass ihn viele und bedeutende Menschen tief empfinden. Am besten ist es, wir gestehen die Schwierigkeit ganz offen ein. Dann ist Aussicht vorhanden, dass sie ernst genommen und mit der Zeit von den maßgebenden Persönlichkeiten tunlichst aus dem Wege geräumt werde. Fieberkrankheiten heilen sich durch ihre eigene Hitze. Und wir haben die Zuversicht, dass die Zeit gekommen ist, wo auch ein solch großes Übel sich gegen das Rechte empfinden und den gesunden Verstand religiöser Menschen nicht behaupten kann. Gerade darin liegt die Stärke des römischen Katholizismus uns gegenüber. Und wenn nicht geeignete Persönlichkeiten ihr Augenmerk darauf richten, müssen sie im Lauf der Zeit mit dem sicheren Verlust solcher Menschen rechnen, deren Austritt aus unserer Kirche sie am schmerzlichsten berühren würde. Die Maßnahme, die ich an dieser Stelle besonders im Auge hatte, war der Plan, in Jerusalem einen Bischofssitz zu errichten, der eben damals zwischen dem Erzbischof von Canterbury und Bunsen erwogen wurde. Im Folgenden werde ich davon noch mehr zu berichten haben. Und nun zurück zu den Heimatgedanken vom Frühling 1836. Die in diesem Aufsatz enthaltene Erörterung war in die Form eines Dialoges gefasst. Der eine der beiden Gegner sagt, Sie halten mir vor, die römische Kirche sei entachtet? Was dann? Ein Glied abzuschneiden ist eine seltsame Art, es vor dem Einfluss eines organischen Leidens zu bewahren. Indigestion kann Krämpfe in den Extremitäten verursachen und doch behalten wir unsere armen Füße. Sicherlich gibt es eine solche religiöse Tatsache wie das Bestehen einer großen katholischen Körperschaft, und die Verbindung mit ihr ist für jeden Christen Vorrecht und Pflicht. Nun aber sind wir Engländer von ihr getrennt. Der andere erwidert, Der gegenwärtige Stand der Dinge ist unbefriedigend und erbärmlich. Das und nicht mehr gebe ich zu. Die Kirche ist auf eine Lehre gegründet, auf das Evangelium der Wahrheit. Sie ist Mittel zum Zweck. Sollte die Kirche untergehen, obgleich das dank der Verheißung nicht sein kann, nun wohl, es ist immer noch besser, als wenn die Wahrheit verloren ginge. Die Reinheit des Glaubens ist für den Christen kostbarer selbst als die Einheit. Wenn Rom in der Lehre beträchtlich geirrt hat, so ist es Pflicht, sich von Rom loszusagen. Sein Freund, der in der Beweisführung die Sache Roms vertritt, beruft sich auf das Bild vom Weinstock und den Reben, das meines Wissens der heilige Zyprian gebraucht hat. Ein Zweig, der vom katholischen Weinstock abgeschnitten wird, muss verdorren. Auch eine Stelle des heiligen Augustinus aus seiner Auseinandersetzung mit den Donatisten desselben Inhaltes führt er an. Darin heißt es nämlich, die Donatisten seien, weil vom Leib der Kirche getrennt, ipso facto, vom Erbe Christi ausgeschlossen. Und er erwähnt den Beweis des heiligen Zyrill, der sich eben auf den Titel Katholik gründet und den sich nur eine menschliche Gemeinschaft je beizulegen wagte oder beilegen konnte. Und er fügt hinzu, Ich streite nur für die Tatsache, dass die römische Gemeinschaft den wesentlichen Teil der katholischen Kirche bildet und dass wir von ihr getrennt und in der Lage der Donatisten sind. Der andere bestreitet in seiner Erwiderung, dass die jetzige römische Gemeinschaft der katholischen Kirche des heiligen Augustinus tatsächlich gleich sei, weil die große anglikanische und griechische Kirche in Betracht gezogen werden müsse. Jetzt ergreift er die Offensive und zählt die einzelnen Punkte auf, worin Rom vom ursprünglichen Christentum abgewichen ist, nämlich die praktische Abgötterei, die auf Anbetung hinauslaufende Verehrung der allerseligsten Jungfrau und der Heiligen, die sich die lateinische Kirche zu Schulden kommen lasse und die Herabwürdigung der moralischen Wahrheit und Pflicht, die daraus folgt. Und er fährt fort, wir können uns beim besten Willen nicht einer Kirche anschließen, die unsere Ordination nicht anerkennt, uns den Kelch verweigert, unsere Einwilligung in die Bilderverehrung verlangt und uns exkommuniziert, wenn wir das und alle anderen Entscheidungen des Tridentinischen Konzils nicht annehmen. Sein Gegner beantwortet diese Einwürfe mit der Berufung auf die Lehre von der Entwicklung der Wahrheit des Evangeliums. Außerdem ist das anglikanische System in diesen ersten Jahrhunderten selbst nicht vollständig anzutreffen. Das anglikanische Prinzip des Altertums hebt sich also selber auf. Wenn jemand die Via Media annimmt, so ist er ein bloßer Doktrinär. Er gleicht den Menschen, die in einer Angelegenheit von Belang ihre eigenen kleinlichen Grillen durchdrücken und Gebirge mit einem Taschenlineal messen oder den Lauf der Planeten prüfen wollen. Die Via Media hat in den Bibliotheken geschlafen. Sie ist ein kindisches Ersatzmittel für Männlichkeit. Es ist also klar, gegen Ende des Jahres 1835 oder Anfang 1836 stand die Frage, von der nach meinen Begriffen die Entscheidung zwischen den Kirchen abhing, ihrem ganzen Umfang nach vor mir. Bezeichnenderweise tauchte die Frage nach der Stellung des Papstes als Mittelpunkt der Einheit wie als Inhaber der Jurisdiktion in meinem Denken überhaupt nicht auf. Ich darf meines Wissens sagen, bis zuletzt nicht. Ich glaube nicht, dass ich jemals in der Zeit meiner Zugehörigkeit zur anglikanischen Kirche eine seiner Vollmachten ausdrücklich als de jure divino betrachtet habe. Ich will damit nicht sagen, dass die Lehre eine Schwierigkeit für mich enthielt. Im Zusammenhang mit der Geschichte des heiligen Leo, von der ich bei Gelegenheit sprechen werde, ging mir der Gedanke an seine Unfehlbarkeit durch den Sinn. Aber schließlich drehte sich meiner Ansicht nach die Streitfrage nicht darum, sondern um Glauben und Kirche. Das war von Anfang an fast stets mein Ausgangspunkt in der Kontroverse. Zwischen den Rechten der römischen und anglikanischen Religion bestand ein Widerspruch und die Geschichte meiner Bekehrung ist lediglich der Verlauf der Bemühungen, ihn zu einer Lösung zu führen. Im Jahre 1838 illustrierte ich den Gegensatz durch die Gegenüberstellung der Madonna mit dem Kind und Golgotha. Ich sagte, die Eigenart der anglikanischen Theologie bestehe darin, dass ihrer Voraussetzung nach die Wahrheit ganz objektiv und losgelöst sei, nicht wie in der römischen Theologie im Schoß der Kirche liegt, gleichsam eins mit ihr, an sie geklammert und sozusagen in ihre Umarmung verloren, sondern einsam und unnahbar, wie am Kreuz oder bei der Auferstehung. Die Kirche ganz nah, aber im Hintergrund. Achtens, meine Sicht des Streites im Jahre 1836 und 1838 blieb auch noch während der Jahre 1840 und 1841 dieselbe. In der British Critic vom Januar 1840 veröffentlichte ich einen Dialog, in dem ich Schritt für Schritt das Verhältnis zwischen den Kirchen untersuchte. Ich schloss ihn mit folgenden Worten. In der vorstehenden Erörterung scheint jeder der beiden Gegner einen starken Stützpunkt zu haben. Wir berufen uns auf das ursprüngliche Christentum, der Römer, auf die Universalität. Die Tatsache, dass Rom etwas zum Glauben hinzugefügt hat, steht fest. Man mag sie erklären, wie man will. Und ebenso fest steht die andere Tatsache, dass wir uns von der großen Gemeinschaft der Christen in der Welt getrennt haben. Wir mögen uns rechtfertigen, wie wir wollen. Jede dieser beiden Tatsachen bedeutet auf den ersten Blick eine ernste Schwierigkeit für das betreffende System. Ferner, da Rom die Väter anerkennt, auch wenn es ihnen nicht beipflichtet, und England die große Gemeinschaft der Kirche ehrt, obwohl es sich ihr nicht unterwirft, haben beide, Rom und England, einen Punkt aufzuklären. Und noch schärfer, im Juli 1841. Während England das Merkmal des Schismas an der Stirne trägt, so Rom die entgegengesetzte Unehre, das Merkmal der Abgötterei. Aber wir dürfen das nicht falsch verstehen. Wir klagen weder Rom der Abgötterei noch uns selbst des Schismas an. Nach unseren Begriffen ist keine dieser Anklagen begründet. Doch findet man in der römischen Kirche Gebräuche, die der Abgötterei ganz ähnlich sehen, und die englische Kirche tut vieles, was dem Schisma gleichkommt, sodass wir, ohne bestimmen zu wollen, welche Pflichten ein römischer Katholik gegen die jetzt bestehende Kirche von England hat, allen ernstes Denken, die Glieder der englischen Kirche haben von der Vorsehung einen Fingerzeig erhalten, wie sie sich gegen die römische Kirche, solange sie in ihrem heutigen Zustand verharrt, verhalten sollen. Noch eine Bemerkung über das Altertum und die Via Media. Im Laufe der Zeit sah auch ich ein, dass der anglikanische Beweis aus dem Altertum, dessen Geltung mir durchaus nicht zweifelhaft war, nicht bloß unser ganz spezieller, sondern auch unser einziger Rechtfertigungsgrund sei. Ebenso fühlte ich, dass die Via Media, die ihm Form und Gestalt geben sollte, gewissermaßen ein neu geformtes und unserer Zeit angepasstes Altertum sein müsse. Dies bemerkte ich in den Heimatgedanken, wie in dem oben erwähnten Artikel der British Critic. Allein der Umstand, dass wir uns schließlich an ein bloß persönliches Urteil über das Altertum halten mussten, weckte etwas wie Misstrauen in meine ganze Theorie, das ich am Schluss meines Werkes über das Prophetenamt 1836-37 mit folgenden Worten zum Ausdruck brachte. Nun, da unsere Erörterungen zu Ende gehen, die mit der Untersuchung verbundene Aufregung sich gelegt hat und Ermüdung gefolgt ist, mag der Gedanke, mit dem wir an die Frage herangetreten sind, wiederkehren. Alles, was gesagt wurde, sei eher Fantasterei und mutwilliges Treiben als praktische Folgerungen des Verstandes. Und ich schließe den Abschnitt, indem ich einen Gedanken vorweg nehme, zu welchem ich zuletzt fast gezwungen Zuflucht nahm. Schließlich ist die Kirche in ihren Tagen immer unsichtbar und der Glaube allein erreicht sie. Was war dies anders als die Preisgabe der Merkmale einer sichtbaren Kirche überhaupt, ihrer Katholizität wie ihrer Apostolizität? Die großen Ferien des Jahres 1839 begannen sehr früh. Von Ostern bis zum Gedenkfest für die Wohltäter waren sehr viele Besucher in Oxford gewesen und die Partei Dr. Piuses hatte mehr denn je die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Kontroverse mit Rom hatte ich mehr als zwei Jahre ruhen lassen. In meinen Pfarrpredigten war diese Frage niemals berührt worden und weder in meinen Traktaten noch in der British Critic kam etwas vor, was polemischen Charakter hatte. Ich war im Begriff, während der Dauer der Ferienzeit zu jener Art des Studiums zurückzukehren, die ich seit vielen Jahren als meine eigentlichste Aufgabe erwählt hatte, weil ihr Inhalt mich besonders fesselte. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass der Gedanke an Rom überhaupt meinen Sinn kreuzte. Ungefähr Mitte Juni machte ich mich an die Geschichte der Monophysiten und beherrschte sie bald. Ich war ganz vertieft in die Lehrfrage. Und das dauerte etwa vom 13. Juni bis 30. August. Während dieses Studiums kam mir zum ersten Mal ein Zweifel an der Möglichkeit, am Anglikanismus festzuhalten. Ich erinnere mich, dass ich am 30. Juli einem Freund gegenüber, dem ich zufällig begegnet war, die Äußerung tat, wie merkwürdig die Geschichte sei. Ende August aber kam ich ernstlich in Unruhe. In einem früheren Werk habe ich beschrieben, wie sehr mich die Sache angriff. Mein Bollwerk war das Altertum. Nun fand ich ausgerechnet hier in der Mitte des 5. Jahrhunderts das Christentum des 16. und 19. Jahrhunderts gespiegelt. Ich sah mein Gesicht in diesem Spiegel und ich war Monophysit. Die Kirche, der Via Media, nahm dieselbe Stellung ein wie die orientalische Gemeinschaft. Rom war damals dasselbe, was es jetzt ist. Die Protestanten waren die Eutychianer. Seit die Welt besteht, ist zwar schon viel Merkwürdiges passiert, aber wem wäre jeder Gedanke gekommen, sich durch die Worte und Handlungen des alten Eutyches, dieses Delirius Senex, wie ihn Petavius meine ich nannte, und die Ungeheuerlichkeiten des charakterlosen Dioskuros nach Rom führen zu lassen. Man möge beachten, dass ich keine Streitschrift schreibe, sondern nur die Dinge erzähle, wie sie im Verlauf meines Übertritts aufeinander folgten.